Wie die aussehen. Krass. This rock climber is strong enough to hang by one finger. That's the end of this video. I really hope you enjoyed it. And I'll see you guys again very very soon. Later. Thank you. 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 Geisteskrank Und jetzt Also nach einem Monat haben wir einfach Wie viel haben wir? Hab Werbung Cool Hä? Kann das sein, dass wir irgendwie die einzigen sind Wo Leute reinschreiben? Hab Werbung? Ich hab noch nie bei einem anderen Streamer gesehen Dass da Leute geschrieben haben, hab Werbung 100, Digga Einfach eine Null sozusagen rangehangen Flying Bullets, danke dir von Prime Doch mega oft Hat noch nie Werbung bei dir, ja du bist auch Sub Ich weiß nicht Hier ist Hier ist immer mehr Werbung Als du anders, Mann Digga, ich weiß doch mal Ich weiß doch, wie ich meinen Bot eingestellt hab Ich weiß Ich hab meinen Chat gefragt Mein Bot schaltet pro Eineinhalb Stunden 30 Sekunden Werbung Ich guck Bei anderen Wenn ich das bei anderen Dings sehe Die haben pro 45 Minuten 60 Sekunden eingestellt Ich weiß nicht, was das ist Also ich hab wirklich nur so viel eingestellt Niemals Ich schwöre Ich kann doch mein Morbots Ich kann doch mein Morbots zeigen Oder wo ist das? Bei Morbots Da hab ich das eingestellt Wirklich Ich kann das euch zeigen, wenn ihr wollt Äh, Luni, danke für den T-One Das Haus hält sich nicht von allein Feier dich Bei uns Das Haus hält sich nicht lu quasi Ich kann doch mein Tod Ich kann doch mal CINK Ich bin Vielen Dank. 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 Schreib mir. Vielen Dank. So. Verdammt. Okay. 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 ... 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 Beim, 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 wie heißt das? Aber das gehört doch dazu. Nee. Gehört gar nicht dazu, weil ein Typ, der bei den, du kannst nicht als Zivilist denken, du bist Pablo Escobar. Du brauchst doch eine Rücken, also du bist doch auch nicht in Real Life alleine unterwegs und legst dich als normaler Typ gegen irgendeine, keine Ahnung, gegen irgendeine Gang an, oder nicht? Du hast doch angefangen. Ja, auch true. Aber er, er, direkt dieses verpiss dich. Ich hab ja nur auf Lust dich, yo man, wie lange brauchst du? Oder ich weiß nicht, was ich gesagt hab. Ah, bleib doch mal stehen, Mann! Verdammte Scheiße, wie heißt du? Ah, wer heißt du? Wie heißt du? Auf einmal stehst du vor mir. Hä? Verdammt, was beleidigst du mich? Du bist ja fast reingefahren. Ich bin hier nicht reingefahren. Ich bin gerade aus der Rage gekommen. Du warst doch der Typ, der vorhin auch mit dem Motorrad unterwegs war, oder nicht? Wie bitte? Du warst doch der Typ, der vorhin auch mit dem Schei... Mit, äh, hier, Dings... Mit dem Motorrad unterwegs war. Nee, ich wollte gerade tun. Aber du bist doch gerade von mir weggefahren. Ich? Nee. War er das nicht? Ich bin gerade in der Rage. Verdammt, was redest du, Mann? Das warst du, Alter. Ich weiß das. Ich weiß doch... Hä? Du willst mich nur verwirren, hä? Du willst mich... Du spürst, verdammt. Du hast gleich eine Kugel in deinem Kopf, verdammt, Mann. Sag mir die weit, oder ich erschieß dich. Du verwirrst mich ein bisschen. Ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. Wie? Du weißt gar nicht, was abgeht. Ich weiß nämlich, was abgeht, Mann. Du hast gleich eine Kugel in deinem Scheißgesicht. Das geht ab, Mann. Ich wollte doch nur mein Motorrad tunen. Was? Ich wollte doch nur mein Motorrad tunen. Warum willst du mir eine Kugel reinjagen? Warum bin ich dir dann vorhin gefolgt und bist weggefahren, hä? Wann bist du mir denn gefolgt? Okay. Wir spielen ein anderes Spielchen. Bleib stehen, oder ich erschieß dich. Dreh dich um. Dreh dich um. Oh, was ist... So, du kommst jetzt mit. Oh, mein Motorrad. Ich wollte doch einfach nur tunen. Wo bringst du mich jetzt hin? Du kommst jetzt mit. Du hast nicht mal dein Auto abgeschlossen, ne? Ja, und? Ja, ich wollte es dir ja nur sagen. So, jetzt... Warte. Sag Entschuldigung. Entschuldigung? Wofür? Dafür, dass du mich beleidigt hast. Und meine Cousine. Deine Cousine? Ja. Was hab ich dir gesagt? Ja, du hast gesagt... Du hast gesagt, sie isst Nutella mit Butter. Das weiß ich ganz genau. Nee, das würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Nutella mit Butter. Nee. Verdammt, nimm es zurück. Ich nimm es zurück, ich nimm es zurück. Das würde ich meinem schlimmsten Feind nicht sagen. Okay. Hier. Hier. So, jetzt kannst du durchziehen. Lauf, Mann, lauf! Ich geb dir fünf Sekunden. Fünf. Vier. Drei Komma Fünf Sechs? Drei Komma Zwei? Steigst du etwa in meine Karre, Mann? Dieser Wichser. Oder? Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Ähm, wissen Sie zufällig, wo ein Kiosk ist? Wo was ist? Ein Kiosk. Wofür? Und wer hat hier geschossen? Verdammt! Ja, oh Mann! Haben Sie geschossen? Nein. Wer hat geschossen? Hier gerade, ich weiß nicht, wer geschossen hat. Warte, mich ruft jemand an. Scheiße, ich rass da aus. Nicht, wer hier geschossen hat? Nein, hallo? Ja? Hola, Susa, wo bist du? Pablito, was geht? Was geht? Wo bist du, verdammte Seiss? Äh, ich bin gerade unterwegs. Äh, ich bin beim, äh, hier beim Krankenhaus. Sollen wir dich abholen? Ja, 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 ja. Ich klär das, äh, ich klär hier gerade was, weil irgendjemand wurde hier gerade erschossen. Ich weiß nicht, warum. Ja, sollen wir kommen? Hol mich ab, Mann. Hol mich ab, Alter. Ich muss hier schnell weg. Schnell, so schnell wie möglich, Mann. Ich komm, ich komm. Verdammte Scheiße, Mann. Was geht hier ab? Ich weiß es nicht. Wir haben Schussgürtchen direkt hergekommen. Was geht hier ab, Mann? Das ist ne gute Frage. Wo liegt der Herr denn? Der Herr hin? Verdammt. Wie lange bist du schon hier? Ich bin gerade, ich bin von der Richtung... Der darf sich nicht da auf dem Boden aufbauen. Ich weiß nicht, woher... Nehmen Sie bitte erstmal die Maske ab. Das war ganz nett. Ach so, meine Maske abnehmen. Da darf auch der Herr. Maske hier. Ähm, ich bin zeitgleich mit Ihnen gekommen, Mann. Sie waren sogar früher als ich hier. Okay. Sie standen ja schon hier. Gut. Dann laufe ich Ihnen mal. Wie heißen Sie? Und Ihr Kollege? Blond. Blond und lila, oder was? Ne, Minato. Minato, okay. Verdammte Scheiße, Mann. Ich komm so auf so Aktionen nicht klar, wissen Sie? Mann, ich mag so sowas nicht, Mann. Das ist... Ziemlich schwer, Leute auf dem Boden bluten zu sehen, wissen Sie? Verdammt. Der Herr jetzt hin, ey. Mann, Mann. Verdammt. Vielleicht sollten Sie mal zum Psychologen gehen. Ja, das sollte ich machen, Mann. Das sollte ich machen, Mann. Verdammt. Wie ich ihn denk schon, Mann. Oh, meine Kollegen sind da. Ich muss los, okay? Ich hoffe, Sie kriegen das geregelt. Ey, Missi! Steig ein, steig ein, steig ein. Ey, servus, du! Schnell weg, Mann, schnell weg, Mann. Steig ein, steig ein. Steig ein, steig doch rein! Steigt ein, Ihr Vollidioten, Mann! Oh, ja, verliebt. Was ist denn der super, Mann? Was hat es wieder gemacht? Verdammte Scheiße, ich hab den Typen da rechts abgeknallt und die haben mir abgekauft, dass ich erst gerade gekommen bin, Mann. Oh, ey, soß das gerade ab, Alter. Der Typ hat meinen Wagen geklaut, Mann. Ich hab ihn abgeknallt, verdammt. Fahre, die Hut, fahre, die Hut. Okay, muss gleich noch nicht fahren. Fast nur, wie er gsenkt er. Oh, Kreuzgrutzen, ich kann es nicht alles noch nicht fahren. Das gibt es gar nicht. Verdammt, Michi, Mann, wie geht es hier? Ja, gut, und selbst. Ich war im Urlaub. Servus. Ja, ich weiß, Mann, wo warst du? Ja, ich hab mal locker, weil ich ein bisschen Ball am anstelle. Jo, Mann, wo isthole ich jetzt? Ja, weißt du, Mann. オーdi, jähr, oh, jähr, oh, jähr. Ja, ja, see, see. Ode, s�, s��, oe. Jo, Freire, Mann. Se, Sejor. Verdammt, Michi, Mann, wir haben nicht vermisst. Yo, jähr, ja, Freire. Whast, du, sag, du'm Fo wie gedacht. Was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mann schaut zu, dann sagst du Hula Paloo. Du hast du gesagt, du fuß. Oh, Kreuzkruzifix. Ja, gib mich. Oh, der kommt ja immer noch nicht von. Scheiße. Ich muss kurz mein Auto reparken auf Heifert. Rufst dann bitte den Frank an und sag, dass er immer nicht in den Hut kommen muss. Frank, gibt's den auch noch? Ich versteck mich. Lauf, los. Du bist ja wieder eins, du bist ja wieder eins. Das geht ins Geil. Digga, fette Karre, Alter. Fette Karre, Mann, wen gehört die? Erstmal Testfahren, Digga, wie geil sieht die denn aus? Boah, wie geil. Ist das so eine geile Karre. Wie viel fährt der? 250. 300. 300. 300, Digga. Was ein krankes Ding. Boah. Oder 21. Danke dir für deine 5 Subcups. Kuss, Digga. Danke dir, 21, für deine 5 Subcups und für den ganzen Support heute. generell an Leute, die Subcups, äh, dagelassen haben. Verdammt. Tunnel, Tunnel. Perfekt. Äh, Tobas und Leitz hat euch auch für eure Pribes. Kuss. Einfach 8.552 Subs. Geisteskrank. Machen die um Party? Ich brauch noch ein paar Schutzwesten. Stimmt. Und na. Der soll ich verschne. Freilin. Boah. Na, greizkruzipixen. Uah. Heppala. Wus mixen du jetzt? Hör mal mir do'n Fernseher. Ich muss da Bayern gucken. Hör mal mir den Fernseher. Hör doch, ja Freilin. Der Typ, ne? Ich schwöre mich hier. Jo, ja Freilin. Vier Minuten. Michi ist schon von Anfang an bei dem Platz gewesen, aber er konnte nicht spielen, weil sein 5M irgendwie nicht ging. Ja, deswegen. Ich weiß nicht, wie ich in der Wohnung... Aber jetzt hatte ich das gefixt irgendwie. Verdammt, wo seid ihr, Mann? Das geht, Mann. Scheiße, du bist doch wieder besoffen, Mann. Ich seh das doch. Ja, das stimmt überhaupt nicht, du Wixxer. Ich seh das doch, Mann. Boah, was ist denn das für eine Maske? Das ist meine Maske, Mann. Boah, jetzt hab ich wieder Bock aufs Lotz, Kreuzkruz, ich fix geh bloß... Ja, du spielsichiges Nistschwein, Michi. Was mögst du mir jetzt auch mit dem Mann mit den Masken da? Geh mal weg. Ich hab damit gar nichts zu tun, Kreuzkruz. Ich hab damit gar nichts zu tun, Mann. Ihr seid alle süchtige Hunde, ich weiß es doch, verdammte Scheiße, Mann. Ihr seid alle süchtige Hunde, seid immer ruhig, Mann. Verdammte Scheiße, seid lieber ruhig, Alter. Joa, tut mir leid, tut mir leid. Naja, wo ist Bayern im Mund jetzt? Wenn ihr freut sich die Sachen geht, geht mir gut. Boah, Scheiße. Tut mir leid, Sippi. Hallo? Hallo? Hallo, ich hab mich verwählt, tut mir leid. Ja, sie haben sich nämlich komplett verwählt, verdammt, Mann. Ja, sie sind bei der Ikea-Zentrale. Ja, das hab ich mir gedacht, die Ikea-Zentrale. Ich wollte nämlich mein Bett reklamieren und darum wollte ich... Verdammte Scheiße, suchen Sie sich woanders ein Bett, Mann. Ich hab keine Bett zu verkaufen, verdammt. Mein Bett ist nur ein verschrecktes Domonym. Falls Sie einen Gramm brauchen, schreiben Sie mir, verdammt. Okay, ciao, ciao. Hauen Sie rein. Fuckin' Sleeper, Mann. Mörder, danke dir für deinen Prime. Und Dennis, danke dir für deine, äh, 3 Subgesprochen. Bleib hier in der Ecke stehen, du musst überraschieren. Verdammte Scheiße, Mann, was ist überhaupt mit deinen Haaren los, Alter? Was mixen du jetzt? Äh, du siehst aus, jetzt erst 90, Alter. Du bist doch beim Urlaub 30 Jahre geändert, oder was, Mann? Guck mal, wie du da aussiehst, Alter. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, was willst du eigentlich, Mann, Alter? Ich hab nicht... Du fangst da an, oder? Hörst du bei mir, Alter, Mann. Die binden fast am Arsch. Hörst mal auf jetzt, hey! Aua! Boah, Kreisgriff. Crime okay, danke euch für uns. Scheiße. Hat der einfach eine Waffe, ich mag auch eine. Ja, ja. Hier. Ja, wo hier? Hier. Ey, Michi, Mann, lass mal hinsetzen, paar Pornos deiner Mutter reinziehen. Ey, du kleiner Wichser, ich hau dich zusammen. Schnauze, Mann, du schließt. Verdammte Scheiße, was bist du hier so frech, Alter? Hörst jetzt bitte auf, mal für zwei Sekunden. Er hat angefangen zu schlagen, Mann. Ich will, dass du den Frank jetzt überraschst. Opa, das wurde ihn, das wurde ihn, das wurde ihn. Aua, jetzt hab ich jetzt. Ich scheiße gleich auf den Boden noch her. Hör mal auf, Alter, was ist denn los mit dir, Mann? Und was sind das überhaupt für Schlappen, Alter? Ey, was ist denn das für ein Bettel da, Herr Kreuz? Seppi, du sollst nicht deinen Schwanz da hin holen. Jetzt halt den Hut. Ich glaube, da, du deinen Seppi da weg. Mein Gott, was muss denn der da hin? Da leise ich jetzt, die Kim, die Kim. Was steht da, Digga? Ey, Jungs, wann seid's denn ungefähr da? Noch nie gesehen. Okay, gut, gut. Ja, jetzt gut, ich schick. Beeilen uns, sagt er. Sieht wieder irgendwo mitten im Nirvana. So, wie ich sag, jetzt würde ich sagen, wir stellen jetzt den Michi nochmal den OGs vor. Die freuen sich, den zu sehen. Und dann machen wir ein bisschen Action mit Michi. Ja, wer hat denn die OGs? Das ist der Frank noch. Ich bin 18, Micha. Micha, ja. Micha, ja. Ja, Freilie. Ja, gegen diese Ro... Pff, die können ja gar nix. Ja, Freilie. Den hab ich alle umgeschaltet. So, ich geh mal schnell um, erst klar. Verdammt, du läufst so, als hätte ich jemanden den Arsch genommen, Alter. Schau dich mal an, Alter. Jetzt wärst du den Arsch gefickt worden, Mann. Verdammt, ich glaube, in Mallorca hast du ganz andere Dinge gemacht, du hast da gesoffen, Alter. Verdammt, Alter. Jo, das kann... Das geht auch leiser, Mann. Verdammte Scheiße, Alter. Was soll das, Mann? Verdammt, Mann. Was ist denn mit ihm los, Alter? Hast du denn ganz Moyaco nicht geschissen, oder was, Alter? Es ist ja widerlich. Ekelhafter Typ, Mann. Es ist ja widerlich. Verdammt. Verdammt! Jo, Mann. Verdammt, du kommst jetzt hier raus, Mann. Du kommst jetzt hier raus, Mann. Und spür, verdammt, Mann. Und mach sauber, Alter. Mach sauber, Mann. Mach sauber, Mann. Und die Scheiße, Mann. Der scheiße, die Bude voll, Mann. Und verzieht sich wieder. Was soll die Kacke? Wir sind jetzt auf Mallorca, du sauber. Vollidiot, Mann. Jetzt geh ab in die Küche und halt deinen Mund. Ekelhafter Typ, Mann. Ekelhafter Typ, Mann. Und leise sollen jetzt. Jo, dann bleib stehen jetzt. Danke euch, mir ganz die Wurz. Ich mach ja schmol. Kuss. Michael, erzähl mal, was war so los da? Hapsch, die Kimse, hapsch. Ist der Frank auch dabei, Moyo? Moyo, bleib stehen. Ich muss dir was sagen. Du bist es hier links um die Ecke gesehen. Das ist mir tut es leid, Moyo, was ich gemacht habe. Kreuz. Oh, das ist ein Ballot. Kreuzkruzifix. Oh mein Gott. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Er kriegt direkt ein Ding. Geh mal weg. Wie war dein Urlaub, Junge? Äh, was? Ah, das ist der Moyo Kreuzkruzifix. Servus, Moyo. Ach du Kacke. Schaust dir nur so alt aus wie früher. Du hast dir ein Schinken in deinem Gesicht da auch. Wir haben einen Obdachlosen aufgegabelt und den wollten wir aufnehmen. Der macht so ein bisschen sauber hier in der Küche. Ja, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Wie geht's dir? Wo ist denn Micha? Wie geht's selbst? Schöner bist du nett geworden. Nein. Und besorgen bist du doch auch schon wieder. Nein, deine Geheimratzecken sind noch größer geworden, Mann. Ich seh's doch, Alter. Hast du dir wieder Alkohol gegeben? Wohren deine Seiten? Nein, erzähl mir das. Du Wichser. Du fehlst aber wo es hat. Ah, verdammt. Das ist ja verrückt. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Wer da einfach wieder ist. Verdammt, ey. Schau mal in der Toilette nach. Ich glaub, der hat die Toilette vollgeschissen. Nein. Der hat das ganze Ding verstopft. Das ist die eklaste Mist. Verdammt, Alter. Mein Gott. Mach sauber, Mann. Saubermachen. Saubermachen. Saubermachen, Mann. Mach die scheiße Saubermann. Rein mit dir. Mach mal deinen Rang. Mach mal deinen Rang. Mach mal deinen Rang. Mach mal sauber, Alter. Ich hau dich gleich an. Ich bin Hartz IV, du Wichser. Jetzt mach das ganze Ding aber, du ekelhaft. Du wirst schreben. Ja, ja. Einfach ein Michi. Einfach ein Michi. Wo ist denn? Warte mal. Äh, Mischa, bist du da? Ich bin Schindler, du Wichser. Hau ab. Ich will gucken. Schrupp mal, Mann. Schrupp. Schruppen. Ja, ja. Ich schrube ja schon. Warum schreib dir Chat unter Cam? Ist das nicht gut? Digga, der Chat ist doch voll gut platziert da. Ach so. Aber ich hab die Gameszene gar nicht drin. Oh. Warte. Und 5M. So ist der Chat doch gut, oder? Da? Da ist der perfekt. So ist stabil. Unter Cam? Nein, so ist gut. So ist perfekt. So? Zeig. So ist er mit. Kohlkonsum, verdammt. Was geht's ja gar nicht? Du bist ja schon wieder ratzendicht, ah? Du bist Fui, du Wichser. Du hast noch abgefüllt. Boah, kreiz. Ja? Boah, das ist aber auch... Ja, hafte. Wo ist denn grad als Spiel was losgezogen? Oh, diese Lache, diese Lache. Diese Lache. Was für Geld, Mann? Ich hol dir gar nix, Alter. Diese verdammte Lache. Du kriegst gar nix von mir, Mann. Was für dein Geld, Alter. Hau rein. Hau rein. Oh, er läuft gegen die Wand, der Dummkopf. Einfach... Was? Gib dem mal ein Konter-Joint oder so. Gibt dem mal ein Konter-Joint oder so. Scheiße, ich hab nix, Mann. Wie, du hast nicht... Mann, ich hab nix, Mann. Oh mein Gott. Wie der... 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 Da... Der... Wie der... Oh, sorry! Ah... ouä... 톡... Das ist die Jungs, kommt mal hierher. Wir haben uns zum kennengelernt. Wer hat denn das OEC? Michi? Ey, warte, das machen wir gleich offiziell. Okay, Sepp, stell mal vor, wer der Eierkopf ist. Ja, das ist Michi Schindler. Das ist eine alte Zeitgenüse von Susa. Michi Schindler. Erstmal Cosmos rein. Blutzi fix. Verbot, ist das 6.2.0 oder was? Das ist Michi. Michi Schindler. Könnt ihr nicht Michi oder was? Michi Schindler. Michi Schindler, das ist Michi. Michi Schindler, die Legende, Leute. Michi Schindler und ich sind gleichzeitig, glaub ich. So, so, wie was geht. Ey, warte mal, warst du nicht bei Ost? Was geht, Mann? War der nicht bei Ost? Nein. Das war's nicht. Ich glaub, den hab ich mich umgescheppert, aber ich bin mir nicht sicher. Du hast das halbe Ding von ihm gescheppert, die Vollidioten. Ja, das stimmt. Michi, ich kann mich nicht erinnern, Bruder. Wenn du verstehst. Michi Schindler, du wixer, wie spielst du meinen Namen aus? Ja, Michi. Ich bin so nirgendwo. Warte mal, ey, ist Michi bei dem Platz? Nein, du, da hat's vier. Hat's vier? So siehst du raus, Mann, Alter. Nimm mal den scheiß Bier aus der Hand, Alter. Verdammte Scheiße, kriegt dein Leben in den Griff. Schau dir, Mann, Alter. Was für Kiffen, Alter, ich rauch nicht. Du, raus, du, du bist, du bist von einem Joint geraucht, du. Du wirst geraucht. Ist es wichtig, oder willst du mir auf die Nerven gehen? Okay. Äh, Mujo, ha, ha, ha. Servus, Mujo, servus. Ja, Mujo ist ein Fize-Oji mit der Hölle. Oh, Kreuz, grüzi, Fix, ey, Mujo, was ist der? Fize-Oji, kein Mensch weiß wie, aber... Der ist Fize-Oji, der hat noch meine Schuhe putzt. Kreuz-Oji. Zehn Liegestütze. Boah. Ob sie zu töten. Und ändere das. Digga, hast du den... Digga, du hast den ganzen Pilz hinzugefügt. Ist der jetzt weg? Digga, mach das sofort raus, bevor ich einen kompletten Anfall kriege, wenn ich noch ein Host bekomme. Äh, Fink, danke dir für deinen Prime. Achso, das war das Auto vom YouTube-Video. Oh, ich wollte gar nicht... Was dich dazu bewegt hat, jetzt so plötzlich die Jungs im Stich zu lassen, weißt du? Das... Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach so, wie es ist. Sack uns die beiden. Sack uns die beiden, das haben wir verdient. Verdammte Seiße. Ganze Ufer-Einheit, Bro. Wir hatten ja Stress mit den Göttern und sowas. Und deswegen... Ist auch ein Grund. Gibt so ein paar Sachen... Vorteilig benachteiligt werden. Sascha macht das schnell aus, bevor ein anderer Host reinkommt. Auf den Sack sei ich mal gegangen. Und deswegen will ich rausgehen. Der will raus aus dem Platz. Du musst zuhören. Der verweibliche Winxer. Okay. Okay, Bruder. Chad, ihr könnt mich in eurer Story markieren. Dann legt bitte vor den Jungs deine Fragen nach. Ich reposte das immer. Auf Ehre. Einander. Einander. Wie hieß der Song, Richard? Witz! Ja, probiert. Timo, dann geh auch hin. Äh, darf ich das übernehmen, bitte? Ich hab da eine... Nein. Ich wollte das immer hin. Nein. Also du hast immer ein loyaler Mann für die Gang. Jungs, da macht glaube ich einer Notfunk. Benjamin. Benjamin und Lina. Benjamin, ja? Das ist wirklich ein Boom. Der hat einen Notfunk. Hatts Notfunk? Ich seh die aber nicht. Geht mal weg. Er will weg von dieser Insel, weißt du? Warum? Und sein Fütter ist, soviel ich es verstanden habe, benachteiligt. Wie meinst du benachteiligt? Ich bin nachteiligt, aber es gibt allgemein so Sachen, die mich im Staat allgemein ab... oder nerven. Bei dem Platz oder in dem Staat hier? In dem Staat, in dem Staat. Dann kann ich das verstehen, Bruder. Ja, das ist gut. Ja, verstehe ich auch. Ich hab auch da nicht so richtig aufgepasst. Was meintest du vorhin mit... Aufregen? Ja, aufregen. Okay. Egal, jeder hat seine Gründe. Ich find's alles gut, Muchacho. Ja, ich euch auch auf jeden Fall, aber... Das ist halt so aufgrund, ne? Ich hab auch im Kopf ein bisschen Stress deswegen. Unterstrich Gursch spendet 2 Euro. Hat sich eigentlich die Sache mit dem Fehler gestern geregelt? Äh, du weißt jetzt aber wie das endet. Wir haben darüber geredet und er hat ne Dings gemacht an die... Ansage sozusagen. Boah, Scheiße. Boah, die Stille, jo. Spaß, Mann, Spaß, Spaß. Das, wenn man... Das geht am Mio mit dir. So, jetzt... Jetzt hast du den Boden triggert noch, Pito. Jetzt kannst du das auflegen, du Wichser. Ey, ich schwirr, wenn du weiter so... Ey, ich schwirr so... Ich schwirr so... Komm, ich schwirr so... Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Eil, spinnst du erwähnt. Ey, Susa. Verdammte Scheiße, was? Verdammte, das heißt, du weißt gar nicht, was gestern passiert ist, verdammt, das heißt, ja? Was denn passiert? Gest... Äh, nachdem, also die Koppos, ja? Ja. Ich war mit Frank im Knast. Dann was? Ja, ja, wir waren im... Verfickt den Knast, verdammte Scheiße. Und dann... Weißt du, was da passiert ist? Scheiße. Was? Äh, die waren... Die waren richtig Respektus gegenüber unseren... Äh... OG, Hermano. Gegen Frank? Ja, si. Ich sag dir, so wie es ist, es dauert nicht mehr lange und dann machen alle Platz was gegen die Cops. Ja, ja, pass auf, pass auf, pass auf. Das wird... Das wird... Guck ich, pass auf. Hab ihn getasert. Unser... Unser OG. Er lag... Er lag auf dem Boden im Schmutz. Unser OG, verdammte Scheiße. Unser OG, Mann. Unser OG. Alter, bleib mal ernst, Alter, du Vollidiot, Alter, Mann. Es geht nicht um unserem OG, du... Besoffener Vollidiot, Mann. Ich hab was am haxen, ob du mir leid? Red weiter. Auf jeden Fall. Unser OG, verdammte Scheiße. Nein, OG, unser OG, Mann. Unser OG, Mann. Du kannst dir was erzählen, Mann. Du kriegst einen Link von mir. Verdammte Scheiße, schieß den in den Kopf. Sei ruhig. Peter, mach es los. Bitte tu es. Verdammte, erzähl weiter. Verdammte Scheiße. Auf jeden Fall. Äh, wir... Nerv ist zu Ende. Am Ende. Verstehst du? Ja. Die, diese... Vorbei, also... Somit können wir gegen die jetzt viel aggressiver sein, weißt du? Ja. Das geht nicht für die Bundeswehr, aber für die verdammte, verfickte Poliziere. Und, äh, Mann, Herr Manu, wir werden die so wegballern. Wann? Und, äh, wir können auch... Sollen wir heute was starten, Geisernahme? Und diesmal gnadenlos, wenn der hin hochkommt, gnadenlos hochnehmen. Weißt du? Und wenn wir... Wenn wir... Weiß, Mann. Ich hätte Lust, aber in letzter Zeit haben wir so viel gemacht, wir müssen irgendwas anderes machen. Ja. Irgendwie... Warte, komm mal mit. Ich hätte irgendwie irgendwas ganz, ganz Neues. Sag mal, Michi. Komm her. Weißt du, wie ich mein? Wie... Ein ganz neuer Plan, ein ganz neues Ding. Sowas richtig Frisches. Okay. Meinst du, wovon noch keiner was weiß, verdammte Scheiße? Ja. Sowas. Okay, das hört sich schon mal sehr gut an. Jetzt seh mal. Wie wärs, wenn wir die Cops unter Druck setzen? Wie meinst du das? Dass sie das machen müssen, was wir sagen, indem wir selber einen Kopf mit... einen Kopf mitnehmen. Verdammte Scheiße, ich hab ne Idee. Wir entführen einen Kopf... Ich seh. Und sagen, die sollen vorm PD... Die sollen... Alle Cops sollen vorm PD Liegestütze machen und dann lassen wir ihn erst frei. Ach, du willst sie dämütigen, verdammte Scheiße? Verdammt, ich will sie dämütigen, ja. Verdammte Scheiße, das ist eine wunderbare Idee, sag ich dir ehrlich, Mann. Und weißt du, wie wir das machen? Also... Erzähl. Sieh, 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 sieh. Sieh, sieh. Sieh, sieh, sieh. Packst du ihn, nimmst ne Karre an seinen Kopf, wir steigen in den Wagen und verziehen uns. Oh mein Gott. Kann ich's, warte, kann ich's, äh, wenn ich's Knarre an seinem Kopf hab, diese Pistole... Kann ich's mit ihm einsteigen im Auto? Hab ich's denn dann immer noch in meiner Hand? Ja, 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 hast du. Sieh, okay, perfekt, perfekt. Wollen wir das machen? Ja, können wir machen. Dann lass später das starten. Lass kurz fragen, ob die was vorhaben. Ja. Ja. Und wenn nicht, dann lass das direkt machen. Ja, okay. Verdammte Scheiße. Und ey, damit du weißt, ich hab die, äh, Saufsitzengewehr und die, äh, Pumpka, ne? Ey. Uh. Was für ein... Uh. Uh. Verdammt, ich hab nur viele Ideen. Komm her. Ja, sag, sag, sag. Guck mal. Guck mal. Wir haben doch nen Sniper, ne? Sieh. Und die werden ja vorm PD dann die Liegestütze machen, ne? Sieh. Wir snipen alle von denen weg. Ach, du heilige Scheiße. Das wär das größte Ding, was je gedreht wurde hier. Aber um das, aber um das zu machen, müsste ich schon davor, äh, du weißt schon, ne? Müsste schon, äh, wie soll ich das sagen? Suppe gekocht werden. Müsste schon eine... Nein, nein. Ein Call draußen sein, weißt du? Ansonsten wär das bisschen, ja... Dieses Power, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber die haben doch gestern Frank zu Soho gemacht. Ah, verdammte Scheiße. Deswegen, man. Rache an die Cops. Okay, sieh. Ich kann die einfach abknallen, weil die vorhin... Sieh, 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 sieh. Ich weiß, du bist genau Blutverdammte Kops und das Gefällt mir, man. Ist wie auch Blutverdammte Scheiße. Ist wie diese... Griechenverdammte Scheiße. Ich weiß, was du meinst, man. Ey. Ich bin kurz so drei Minuten in meinem Kopf. Ja, Mann. Nachher, wenn wir weiterreden, schon mal mit Frank darüber, okay? Ja, sieh, sieh. Verstehen. Okay, bis... Chat, ich muss kurz auf Klo. Kurz pissen. Ne, ich muss eigentlich kurz auf Klo. Ich mach euch kurz Musik an. Warte. Woppa. Äh, ich bin gleich wieder da. Und danach... Und danach geht's richtig ab. Ich hab ne richtig geile Idee. Jalla.